Es war ein schöner Sommerabend, als wir einen streunenden Hund auf unserer Veranda entdeckten. Sie wurde von fünf Welpen begleitet und es war offensichtlich, dass sie Hilfe brauchten. Wir näherten uns dem Hund vorsichtig, aber sie war sehr freundlich und schien uns zu vertrauen. Wir wussten, dass wir schnell handeln mussten, um die Welpen und die Mutter zu retten, die wir später Lada nannten. Wir klopften an die Tür unserer Nachbarn, denen das Haus zum Verkauf stand, um nach Lada zu fragen. Sie hatten sie in ihrem Garten gelassen, aber sie im Stich gelassen, als sie auszogen. Sie behaupteten, den Hund noch nie gesehen zu haben, was seltsam schien. Wir versuchten, Lada wegzunehmen, aber sie lief in den Wald und wir sahen sie nie wieder. Wir gaben jedoch nicht auf. Wir suchten tagelang nach Lada, konnten sie aber nicht finden. Wir waren untröstlich und dachten, wir hätten sie für immer verloren. Ein paar Wochen später sahen wir Lada wieder auf unserer Veranda. Sie war dünn und abgemagert, aber sie wedelte immer noch mit dem Schwanz, als ob sie sich freue, uns zu sehen. Wir brachten Futter für Lada mit, aber sie weigerte sich, es zu essen. Wir konnten nicht verstehen, warum, bis wir am nächsten Tag die Futterschüssel leer vorfanden und fünf Welpen spielten vor unserer Tür. Wir wussten, dass wir auch ihnen helfen mussten, also bauten wir einen Stall, in dem sie leben konnten. Die Welpen waren entzückend, zwei Mädchen und drei Jungen. Wir kümmerten uns um sie, bis wir liebevolle Hände fanden, die sie aufnehmen konnten. Wir waren begeistert, als wir für jeden von ihnen liebevolle Zuhause fanden. Was Lada betrifft, lebt sie jetzt bei uns und hat fürsorgliche Besitzer. Wir konnten nicht verstehen, warum ihre vorherigen Besitzer sie verlassen hatten, aber als wir sie trafen, erzählten sie uns, dass sie in ihrer neuen Wohnung keinen Platz für einen Hund hatten. Wir waren empört und fanden es gemein und unfair gegenüber einem Lebewesen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.